So, hier sind die auch noch schnell. Da, da, der Kriegel im Ohr, er muss sich ausbreiten. Verseuchung erfolgreich. Diese Garnison befindet sich jetzt unter der Kontrolle des Schwarns. So ist es. Und der Schwarn gibt sie auch nicht mehr her. Wir haben diese Garnison verseucht. Eine Königin lauscht. Ich bin der Schwarm. So. Überrollt sie. So. Das eignet sich hier ja wunderbar, wie eine zweite Tate ist. Würde ich ja jetzt mal behaupten. Königin nennen. Eventuell sowas noch. Achso, das ist noch ein Kram. Okay. So was noch. Deine Königin lauscht. Dann lausche. Mhm. Ist die Königin schon fertig? Ja. Sehr gut. Schießt du da? Kann das sein? Aha. Ja, aber du schießt irgendwo hin. Okay. So, da. Da brauchen wir jetzt. Braumer. Ja, ja. Wir brauchen uns halt hier. Sie greifen die Basis an. Weicht keinen Zentimeter zurück. Ach, da habe ich die gleich erwischt. Naja. So, da. Oh, bist schon hier. Sehr schön. Macht weiter. Wir haben den Eingang fast erreicht. Das Gas ist bald wieder bereit. Und zack. Hopp, 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 hopp. Boah, wie die marschieren. Einfach nur geil. Oh, du bist jetzt nicht das Einzige. Oh, sehe ich gerade. Ich kann hier besser aufwarten. Gas strömt auf die Plattform. Mach dich bereit, unsere Virofagen zu verteidigen. Ich mache mich bereit. Keine Sorge. So, das muss ich ein bisschen schnell ausbreiten. Hopp. Und. Oh. Hopp. Nein. Bevor sie wieder angekrochen kommen. Nein. Tut ihnen nichts. Sie sind ja so lieb. Fahrt die Brücke aus und erledigt die Brutstätte. Ich will, dass diese Zerg von meiner Plattform verschwinden. Wie? Was? Wieso? Warum? Weshalb? Die Basis unserer Verbindeten wird bedroht. Ach, verdammt. So. Eins haben wir schon mal. Ausgezeigt. Dein Kriecher versorgt gerade die erste Einrichtung. Station abgeschlossen. Okay. Okay, ich gucke es rauf und teile das. Der Schwammcluster hat angegriffen. Bündeten wird bedroht. Der Schwammcluster. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Geh kurz mal daher und mach dir mal einen kleinen Wissgefall. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nein, geh weiter zurück. Ne, hör auf damit. Was soll das? Okay, das war's schon mit euch. Naja. Wo hab ich denn hier? Hier ist hab ich noch sowas. So, da. Und hier noch. Zack. Ah, hast du ihn schon geheilt. Super. Bin ich ja so stolz auf dich. Der Liga ist das Gas ausgegangen, meine Königin. Unsere Verseuchten setzen den Angriff fort. So. Ach, was soll ich hier? So, einen brauche ich hier kurz. Das hab ich noch nicht. So, da. Und wie ist das nächste? Ah, klar. Die nutzt natürlich jetzt auch die Brücke. Da hast du dir in ein Eigentor geschossen. Du blöde Idiot. Nicht nur du wirst Vergeltung üben, mein Mädel. Ja, dann gib er Ruhe mit deinem Mineralienfeld da. So. Ja, du machst hier eh Fortschritte. So. Ah, hier ist er. Mal schauen, ob das schon reicht. Sollte sich aber rausgehen, oder? Ja, hat gereicht. Sehr schön. So, und da hinten ist auch noch eine Forschungseinrichtung. Ich würde einfach sagen, scheiß drauf. Die Eroberung geht weiter. Ich spüre auf der Plattform noch weitere Garnisonen. Werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na? So. Ah, stimmt. Da steht noch sowas. Wo ist mein Verseuch? Äh. Wir passen uns an. So, läuft da einfach bis zurück. Ah, da kommt der ja schon. So, mein Junge. Läge ich hier auch noch rein. Oh, wow, 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 wow. Ein Tor, ein Tor, ein Tor. Nein, töte die nicht. Hehehehe. Töte mich nicht. Ich habe hier gar keine Königin. Ach, hier. Kannst du denen hier auch einen? Ja, das geht. Ach, da oben ist noch sowas. Einen Moment, einen Moment, einen Moment, ich will das alles haben. Die Verseuchung hat eine weitere Garnison erfasst. Ja, das hat sie. Okay. So. Attacke. Durch. Geht ihr das gleich ein bisschen schneller? Den habe ich vergessen, dass ihr das könnt. Ach, ich finde das so geil. Oh. Wie saß jetzt heute die Arbeitslosen? Die Liga lässt erneut Gas auf die Plattform ausströmen. Machen wir es einfach so. Ich könnte euch ja alle töten, aber das bringe ich nicht übers Herz. Ah, brauchen wir nicht. So. Alles klar. Lasst uns diese Garnison säubern, Jungs. Mengsk wird leiden. So, ihr geht hierher. So. Das machen wir noch so. Dann haben wir hier noch unseren Doha. Kannst du den heilen? Schade. Geht nur mit Zirk-Einheiten. Die Basis unserer Verbindeten wird bedroht. Der Schwammklasse wird angegriffen. Ach. Schade, ne. Töten. Alles töten. So. Das müsste jetzt das dritte gewesen sein. Jawohl. Erledigt. Alle drei Einrichtungen wurden verseucht. Die Biomasse gehört dir. Japp. So. Den Tor lassen wir hier. Erwartet. Die Königin auch. Und diesen Hirnlosen. Und bedroht. Was ist es diesmal? Die Eroberung geht weiter. So. Töten. Und töten. Jawohl. Warte. Warte. Ich will mich ja auch. Was ist es diesmal? Warte mal kurz. Geh mal zuerst hierher. Wow. Wow. Lauf, 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 lauf. Scheiße. So haben wir natürlich nicht gewettet. So ein Arschgesicht. Irgendwo steht hier noch mein Bar, Lisa. Lauf mal hier hin. Ich werde Vergeltung üben. So. Hierher. Boah, 30 Minuten spiele ich hier schon rum. Ach, die Scherse. Ich sollte mich nicht so viel rumspielen hier. Okay, wir haben hier alles. Ich will noch ein paar solche haben. Und? Ach, machen wir auch solche. Heute sind wir mal großzügig. Boah, seht doch dieses Rudel an, dass es da hier rumwuselt. Ja, vermichte den Doar. Jawoll. Der Schwarm erobert alles. War eine gute Entscheidung mit den Schaben. Die Zerg dürfen nicht hineingelangen. Tötet sie alle. Sind auch ein gutes Kanonenfutter. Zack, und wieder zwei. Zwei. Wo bist du von dir her, Quatsch? Kannst du die eigentlich auch besser machen? Wir kennen keine Geänzungen. Ja. Ach, ist das geil. Na, dann maschiert mal durch. Werden angegriffen. Sprich! Dieser Planet gehört mir. Außerer Streit. Werden angegriffen. Schön. Mach ein bisschen was noch kaputt. Die hier ein bisschen stärker machen. Oh, ist das schön. Bonus-Ziel alles erreicht. Sehr gut. Dann können wir das Ding eigentlich kaputt machen. Haut drauf, meine Jungs. Das war's mit dem Labor. Meine Königin, der Schwarm ist bereit, auf deinen Befehl hin, in das Labor einzudringen. Gut. Es ist an der Zeit, dass wir herausfinden, was uns im Innern erwartet. Das will ich aber auch wissen. Was haben wir nicht geschafft? Töten sie. Versucht 60 Gegner mit die iranischen Einheiten, die Unterpräs... Oh, naja, gut. Jetzt müssen wir nochmal alle Garnitionen... Oh, na gut. Egal. Hauptsache, die Bonus-Ziele haben erreicht. Fortfahren. So da. Na gut, dann streame mal deine Daten und lade. Ich wurde von einer weiteren Brutmutter kontaktiert. Rülot hat ihre große Brut aus dem Konflikt herausgehalten. Sie ist von dir beeindruckt und will ihre Brut zurück zum Schwarm bringen. Brutmutter Rülot, hör mir zu. Führe deine Brut auf Yontur 2. Dort produziert die Liga ihre neuesten Raumschiffe. Zerstöre diese Welt für den Schwarm. So soll es geschehen, meine Königin. Sehr gut. Ich mache hier mal einen kleinen Cut, bin gleich wieder da. Aufmerksamkeit und Dun лег ¿ộwerst? Kapitel 3. gendein Mass.